Es ist vollbracht, im letzten Heimspiel der Saison machen die Herren vom TC 1899 Blau-Weiß endlich den Klassenerhalt fix. Im Duo-Dai-Spiel besiegen sie den Suessdorfer SV von 1921 mit 7 zu 2. Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns. René hat auch vorher noch mal angesprochen, wie wichtig es ist, um in der Liga zu bleiben. Wir sind sehr glücklich, zu Hause gewonnen zu haben. Schon vor Beginn des Matchtages war klar, wer immer den Spieltag gewinnt, spielt auch die nächste Saison in der 2. Bundesliga Nord. Sowohl für die Berliner auf Platz 7, als auch die Kieler auf Platz 8 der Tabelle steht unheimlich viel auf dem Spiel. Den ersten Matchpunkt sichert Marat Sharipov für die Gastgeber. Zwei-Satz-Sieg gegen Levy Lane. 6 zu 3 und 6 zu 1. Ein guter Start für die Berliner. Im zweiten Satz hat einfach alles gepasst. Ich habe mich auf dem Court sehr wohl gefühlt. Carsten hat mir sehr geholfen und am Ende hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Peter Nesterov aus Bulgarien und Jonas Hartenstein sind kurz davor, zwei weitere Punkte für die Berliner zu erspielen, müssen sich dann aber nach hartem Fight im Match-Tiebreak geschlagen geben. Suessdorf damit in Front, aber die zweite Runde der Einzel, die dominieren die Berliner. Auch bei schwierigen Bedingungen wie Nieselregen, langsamen Bällen und nassen Plätzen. Sowohl Hadi Habib als auch Michael Agwi können ihre Partien ohne Satzverlust für sich entscheiden. Den Abschluss bildet der Niederländer Ryan Niebuhr, der sich mit 6 zu 4, 6 zu 4 gegen Raphael Perrault aus Frankreich durchsetzen kann. Für mich war es heute wichtig, gut aufzuschlagen. Im zweiten Satz wurde es immer einfacher, meinen Service durchzubringen. Das Break hat es dann nochmal deutlich einfacher gemacht. Aus 1 zu 2 macht 4 zu 2. Der Vorteil vor den Doppel, damit klar bei Blau-Weiß. Nur noch ein Sieg bis zum Klassenerhalt. Gesagt, getan. Denn die Berliner machen in den Doppeln dort weiter, wo sie bei den Einzelnen aufgehört haben. Ryan Niebuhr und Hadi Habib sind die Ersten, die ihre Partie für sich entscheiden können. 6 zu 3, 6 zu 2, der Endstand gegen das französische Duo Adrien Goubar und Jürgen Brion. Wir haben uns gefreut und hatten nicht so viel Druck. Wir wussten, dass wir gewinnen, weil wir uns schon einen beachtlichen Vorsprung erspielt hatten. Wir haben gehört, dass die anderen auch am Gewinnen sind. Das hat es uns erleichtert. Der Verbleib in der 2. Bundesliga Nord damit gesichert. Und obendrauf sind auch die Paarungen Agvi Sharipov und Hartenstein Nesterov siegreich. Blau-Weiß gewinnt den Spieltag mit 7 zu 2 und klettert in der Tabelle auf Platz 5. Die Freude bei allen sichtlich groß. Heute war ein sehr wichtiger Sieg. Sonntag werden wir mit viel Selbstvertrauen ausspielen. Es wird leichter sein, weil der Druck nicht mehr da ist. Wir wollen trotzdem nochmal alles reinlegen und unseren letzten gemeinsamen Spieltag genießen. Eine Partie bleibt den Berliner noch. Für den letzten Tanz geht es am Sonntag gegen das Tabellenschlusslicht Iserlohn. Vorher wird aber sicherlich noch ein Fisting gefeiert. Jetzt, wo der Klassenerhalt fix ist. Ja!